Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Folge Datensvektory Teil 2 Schließe Hub Upgrade Setup Wir sind da stehen geblieben, wo wir waren Wir brauchen Eisenstangen Verstärkte Warte, dann könnte ich ja mobiler meiner als erstes herstellen Es wird Eisenplatte 6 und 10 Beton Okay, voll, da haben wir verstanden Eisenplatten, dafür brauche ich 20-30 wahrscheinlich Wenn es mir gefällt, lasst ein Like und ein Abo da für Part 2 Ne, für Part 3 für nächstes Mal Wenn ich weiter Folgen von 70 aufnehmen soll Dann lasst ein super Like, ein Abo da 10 Like spiele ich mit Micha Also wieviel Like finden Machen wir mal 10 Und ja Wenn wir die 300 Abonnenten haben, verloste ich was Das war fast sicher worden Wenn wir die Phase 8 abgeschlossen haben Also Phase 8 Es gibt ja Phasen Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 Und Phase 3 gibt es nur, okay Okay gut, okay gut 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 Das ist ja nicht nur Warte, mobiler Miner Ja Brauche ich Rauchen und Eisenplatten und Rauchen Wieviel Eisenplatten brauche ich? Ah, Eisenstange 4 Okay Aha So ein mobiler habe ich schon mal Ah, alles mit Lattung und Beton 10, also 20 Ja Okay 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 Ja Mit Tung amphib Cler Da sind Kabel Ja, ohne Kabel geht es nicht nee, so, nein, nix da, nix da, nix da, nix da, machen schön, also Draht, also Draht, aber genug kann ich versorgen und Beton kann ich auch besorgen, also habt alles genug, macht euch keinen Kopf, Freunde, wenn ich meinen nix habe, spiele Gamer, hat immer alles, und mal da, da aber wir brauchen ja zum Glück mal ein ich habe gedacht wir machen die Mission fertig, hab 3, äh, hab 6 100, 200, 300, 400 würde ich auch auf dem Herd machen, aber 200, also noch eine Nullpause, aber das ist schön ich habe auch noch eine Aufgabe dann zu machen Ich bin einig, ich werde auf dem Herd machen, ich werde dir das Spiel da brauche ich die zweite wohler, das müssen wir abwarten freund und wenn euch dieses video hekt ラッチ マイッチ 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 in den linken Platz, 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 Platz Freunde, warte, Strom haben wir ja Essen-Flappe fehlt nur einmal und ich könnte es eine Stunde machen Essen-Flappe Aber wir wollen erstmal den Hauptsext upgraden Na ja, Freunde, dieses Video wird immer gefährlich Bei mir wird es immer gefährlich Ja, kleiner Scherz, Freunde Mein Video wird nie gefährlich Hihihi Na ja, Freunde, lasst drei und ein Abfall Um nichts zu verpassen, meine Süßen Gerade brauche ich 100 und 50 50 oh Zunni was in los und Das ist ungefähr 66 ein Handel, also wie viel. Warum soll er das nicht hier hefteln? Bin ich los. Wir kommen aber heute gut weit voran wahrscheinlich. Wie das jetzt so weiter läuft. Wie mein Plan wird, oder sein wird. Ich hab 300 Abonnenten wie gesagt. Im Anfang habe ich gesagt, ich würde etwas verlosen. Weiß was, 300 Abonnenten verlose ich es. Aber wenn ich keine 300 habe, dann verlose ich es ja nicht. Tja. Ihr schreibt warum ihr möchtet, dann... Ihr könnt das Video speichern und was ihr nicht mehr wisst. Was... Ja. Ach! Ach! Späfel. Kann man noch brauchen. Und das bräuch ich dann immer noch her. Bei mir sieht mal alles anders aus. Wie... Ui. Bei... Die meisten sehen es ordentlich aus. Guck mal dran schöner. Bei jedem ist es unterschiedlich. Ob es bei denen schön ist oder auch nicht. Ich müsste wissen, wie viel der verbraucht der mobile meiner. 5 Megawatt wahrscheinlich. Sagen wir mal 10 am besten. 5... 5... Ich glaube nicht jetzt mal 5 ein. Ich kann mich halt irgendwie verloren. Ah! 5 Megawatt! Okay. Gut. Die Leitung ist auch viel mehr. Warte, wenn ich noch einen anschließen würde. Dann habe ich 40. Aber jetzt habe ich nur 20. Also Cabriolet. Wie viel mehr? Was ich insgesamt habe? 20. Aber ich habe auch jetzt gerade nur wegen gehen. Heisenplatten. 5 Plappen. 1 Klappe. Da habe ich ein Lager. Ja, ne. Oh! 5. Ja, ne. Ja, ne. Doch, von nächsterisch. Nächster. 5. 5. Vielen Dank. Alter, was schon alles ist? Weg! Kriegt halt ein. Auf den Mond. Klatsch! Schmelz auf den Mond. Du kannst auf den Mond. Du kannst auf den Mond. Es ist schwer. Hopp. Trolle. Hopp. Ja. Und das Gute ist, ich brauch's ja nicht mehr fahren. Alles Gute kommt von oben. Ja, ja. Und die Kunde kann vielleicht Speedrunner kommen vielleicht. Ja. 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 er kriegt doch trotzdem schon geht's dir auch gut hast du geschlafen jetzt wenn ich ins bett gegangen bin keine ahnung um die zwei anderen auch oder die sind dann um rein ins bett der kaffee hilft mir halt immer war das 80 spiel kraft satis victory eine neue map ein neues glück ich bin am renovieren eigentlich was ich bin am renovieren ja im haus nein mein zimmer was richtig schön ist da muss das nur einstellen ach so warte kurz brauchst du eine extra rolle ja also die kamera rolle wahrscheinlich habt ihr jetzt eine neue rolle gegeben live rolle er hat das hier anmachen kann das kamera wird ja aber ich komme noch mal rein ok machen wir das jetzt nicht oder ich guck an verbinden brechen video und jetzt jetzt wer weiß warum es nicht geht kolendergrund ja was lol ah ja genau 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 also das war ja nun es gerechtigen soundbots kommen ja dann noch weißt du wie es meine oder so jetzt muss ich kurz die cam umstellen wieder alles auf standard ah das ist aber auch wieder zu dunkel übernehmen ok ok also ich mal gucken wie ich das mache am besten ähm nach sodd kriege was renovierst du denn da ja die wand da hinten das war schon angefangen so grob abzumachen und sowas so muss ich mal ein messer den habe ich gefressen naja ist so behindert mit diesen dingen eigentlich und was machst du da dann weg mit dem gerade der bede ach so die mag dich nicht ne die mag ich nicht das hätte zwar ein klein fährt sein aber aber wohl er hat sie gemeint da kommt jetzt ja 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 ich habe rum auf und von wie viel strom wald ist keine lösung ich weiß was kommt da dann neue tapete drauf oder ja achso ok ich meine gott sie da waren den virtuellen green screen alle ich streich die waren grün ja ich weiß wieder mal ja ja da habe ich mir das geld nämlich gespart für diesen scheiß kinsgegenrein und treibende euro komplett an ne boah das ist ja teuer ja für das geld an ne den ich lieber zurück wollte ich streichste lieber hier die farbe an halt ja warum überdeckst du die farbe dann nicht also warum machst du dann nicht die grüne drauf ja warum machst du dann die tapete ab ja ich muss ja die tapete die tapete ist allgemein schon altes haus das wurde in 1800 keine ahnung gebaut so weiß ja und vorbesitzer wo die drinnen waren ja die haben zu viel geraucht weil ich hab jetzt schon mal renoviert so ja ja weil wo ich hier eingezogen bin mit meiner mutter war die wand komplett gelb also nikotin ja ok zum kippen und alles keine ahnung was sie sich da reingeführt warum alles ja das kann erstmal paar stunden dauern ja paar tage oder paar tage ich spress mich da auch nicht rein oder so ne hab ich auch nicht gesagt oder so ich könnte eigentlich die rede schreiben gehen dass die leute dass die leute dass die leute du könntest du ja machen ja könntest du ja machen ähm aber muss dann Helligkeit irgendwie arbeiten das bisschen herläuft wird naja ja ich muss auch schon größer ja ähm ähm ja ähm so jetzt brauche ich noch grad oder dann habe ich hab jetzt endlich mal abgeschrieben ja ich bin ja auch schon in der aufnahme weil du da kannst ja auch live spielen ja soll ich noch mal gucken wie ich das mach ja wieso musst du da eigentlich überhaupt dann die Kamera ausmachen weil das ist Gott ja weil ich nur eine Cam habe und OBS greift der auf die Cam auch zu ja ja das hat doch das wohl nicht mit zwei ne ich hab keine zwei ich hab nur eine ja ok ja aktivieren klatsch warte freunde äh mich hat mir heute auch mal wieder geschrieben gehabt wir haben ja auch moin ja wo äh warte was wollte ich denn jetzt ach so was soll ich jetzt haben so wie nennt man das schastradding kann ich da reingeben schast ja das gehört zu schastradding ja du musst du dir hinschreiben renovierst oder renovierst deine Wand oder was auch immer was zum Thema passt da vielleicht ja wo Argento im ok bei DAX gibt is nichts beim DAX ja weee ja haben sie aus deutschland und freunde jetzt bin ich in der aufnahme und in der live hoffentlich gefällt euch dieser stream lasst ein like und ein foto bei mir und ja genau noch eine aufnahme deshalb bin ich jetzt schon ein bisschen weiter die folgen kommen heute morgen morgen kommen sondern heute kommt ja 24 folgen da wird auch folgen dann morgen wahrscheinlich nur zwei kannst mich ja bei den stream markieren und ich kann nicht mehr aber mein stream markieren ja aber das problem ist ich bin ja bei youtube ist meinte ich dich markieren als titel bei twitch müsstest du jetzt einfach nur bei titel reinschreiben spiel dran an 225 und dann werde ich markiert dann können die leute auch da draufklicken auf meinen namen und dann kommen sie auch normal zu meinem stream oder wir machen einen multistream das heißt mein stream wird bei dir übertragen und dein stream wird bei mir übertragen das was ich schon nicht mit jb hatte das was ich auch mit dem nächsten mal mit dem nächsten mit jb mal vorhabe mit alex ok wir haben das wollte ich jetzt eigentlich nicht ja ich höre das ich höre solche musik ja hast du wohl musikbox angehabt gerade oder was ja meine anlage ich weiß dass ich ein egoist bin bist du nicht doch hatte doch gesagt gerade ja er aber ich sag was andere jeder hat eine andere meine ich weiß aber ich liebe dieses lied ja es ist folgen ne kenne ich nicht aber könntest du das lied dann leiser machen das ist nicht so laut ja ich stelle muss der mich hören sollte dann die chatnachrichten vorlesen bei dir ne alles gute ok muss du nur aufpassen dass deine freundin nicht reinkommen die ist eine berufsschule ausrufe ich hätte ja geholfen als moderat ist jetzt mal oh das bild war das live ok ja man sieht dich ja gut viel spaß ja du benutzt auch schon windows 11 ok habe ich gesagt ja aber ich habe den pc wie gesagt eingeschaltet und sohn hat er einfach automatisch gemacht oder wie ich werde auch kein windows 10 mehr ich habe zwar das windows 10 alles da mit original key und alles habe ich ja auch noch ja aber ich werde es nicht installieren weil es muss ich komplett um sie alles neu installieren ja ich weiß ja ich weiß ja ich weiß ja ich weiß das ist dann scheiße sorry dass ich jetzt scheiße sag alles gut ja 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 Richtig widerlich, Alter. Ohne Kack. Ja, das sieht man nicht so richtig in der Cam. Und ich rauch hier drinnen, Alter, weißt du? Ich geh immer ins Bad oder raus oder am Fenster. Ja, ich weiß. Wenn ich eine rauch. Weil ich keinen Balkon hab. Und raus den Hof will ich nicht die ganze Zeit gehen, ne? Ja. Ich versteh. Deswegen rauch ich lieber hier am Fenster. Ja. Und du siehst ja den Durchgang hier, gell? Ja. Ja, wo die Tür ist. Das ist keine Tür. Das ist ein Träder, wo ich da hingemacht hab. Achso. Warum hast du da Präder überhaupt da hingemacht? Ja, weil das ein Durchgang ist. Zum Wohnzimmer rüber. Ah, okay. Ja. Und wenn ich mal nicht da bin oder so. Weil mein Hund, der kommt gerne hier rein. Ja. Und legt sich da hin und schläft. Und wenn ich nicht da bin, ist die Tür zu. Dann hab ich ein Schloss davor. Und da kommen sie nicht rein. Und deswegen hab ich da hinten auch dichtgemacht. Achso, okay. Ja. Könnte ich ja nicht wissen. Aber dafür konntest du das erklären. Naja. Naja, das könnten wir auch mal bald machen. Also, also nicht Multistream war ja hier. Du schaust mir zu und ich dir. Nee, dein Stream wird bei mir übertragen und mein Stream wird bei dir übertragen. Aber wir beide müssen das gleiche Spiel spielen. Also zum Beispiel wie Fortnite, äh, ETS. Oder was auch immer. Solche wie OMSI zum Beispiel, ne. OMSI würde auch gehen, aber du hast ja kein OMSI. Ja, OMSI habe ich aber. Ja genau, nur BWS. Äh, brauchst du ein Kabel aufbauen, dass ich jetzt drüber fliege. Ich hab mal ne Frage. Ja. Ist der Spendenlink noch aktuell? Also hier, wenn ich spende, dass es dann auf dein Paypal-Konto geht? Ich hab kein Büro vorne, das ist irgendein mein Bankkonto, glaub ich. Okay. Wollen wir mal, können wir gleich mal nachgucken? Falls jemand dir was spendet, dann wär's ja Mist. Ausrufe, Zeichen, Spende. Nee, Deckkommande. Ach so, warte mal kurz. Deine Ebene ist so ein früßes Film. Ach, hast auch die Shavey gemacht mit dem Chat, okay. Das hat er mir alles eingestellt. Ach so. Über TeamViewer? Oder über AnyDesk? Nee, ich hab ihn mal in, äh, nee, über AnyDesk alles gemacht. AnyDesk hab ich auch. So. Ach so, deshalb habt ihr dann irgendwas, davon was geredet gehabt. Und ich hab mir gedacht, hä, wo reden die denn? Hm, ich raube 500, oh Gott. So bin ich da für's rauben. Meine Befehle, nur ausrufen, Zeichen, DC. So, machen wir hier, neues Befehl. Oder? Ausrufen, Zeichen, Discord geht. Ja. Du bist auch in deinen Server gekommen. Ach so, ne. Schäbe ich den Server. Weil ich bin ja, ich bin ja ein virtueller, wie sagt man dazu, offizieller Streamingpartner von Ihnen. Ja, okay. Und wo ist denn dann dein Server? Ich hab zwar einen Discord-Server, aber den hab ich jetzt gelöscht, weil ich damit dann klarkomme, den einzurichten. Ach so. Aber ich bin ja eh fast nur beim Shelby auf dem Discord. Ja. Oder jetzt bei dir. Ja. Aber wie tut man jetzt die Befehle einstellen? Warte, was machst du über Witzbott oder über Nikesbott? Witzbott. Ah, okay, warte, lass mich mal kurz gucken. Witzbott. Freunde, ich würd's erstmal sagen, das war's jetzt mit diesem Video. Also nicht Livestream, nur Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr liken, Abo bei mir dalassen. Und ja, dann war ich dann bei der nächsten Aufnahme fertig. Ich helfe kurz die Ballern an.